Hey Freunde! Hey Freunde, was geht ab, Leute? Leute, heute werden wir irgendwas vom Minecraft reden, weil, aber vom Monsterschuh, weil ich möchte heute euch sagen, wer ist stärker, findet ihr? Weil, ich hab mich mal gefragt, was ist stärker? Ein Viver oder GameMod 1? Wir wissen doch ganz klar, wer gewinnen wird. GameMod 1, weil du bist unbesiegbar und kannst noch fliegen in GameMod. Und ich glaube, Leute, ihr müsst nur Viver und GameMod 1 hinschreiben. Ich werde es euch gleich zeigen, wie das geschrieben wird. Und noch ein Gegner, also ein V und ein S. Und wenn die Folge jetzt euch gefallen hat, weil ich habe es nur kurz gemacht, weil ich möchte euch heute zeigen, was ist stärker, Viver oder GameMod 1? Weil der Viver kann ja irgendwelche Tricks, er kann irgendwie ein hochheben. Ich glaube nicht, aber wenn ein Paar mit Viver den hochheben, dann los geht's. Wir sehen uns wieder. Also Leute, wir sehen uns bald wieder. Bei Leute, ich habe nur ein kurzes Video gemacht. Und Beobachter der Bisse!